Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu diesem Vlog. Ich bin gerade bei Eli bei der Streamerwoche, bei Adidas. Der Vlog startet schon hier, weil ich einfach um 6 Uhr morgens aufgestanden bin. Vergessen habe das Vlog-Intro zu machen. Plus jetzt 5 Stunden hierher gefahren bin. Komplett dead body bin. Und mein Ladekabel vergessen habe und das Vlog-Intro vergessen habe. Alles vergessen, aber ich bin hier. Die anderen schlafen alle noch. Nen und ich sind hier angekommen. Alle schlafen. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen. Warten bis die Ersten aufstehen. Und dann wird das hier ein geiler Vlog. Ihr kriegt ein bisschen Behind-the-Scenes, was hier so abgeht. Und geile Stream-Auschnitte, was so alles passiert ist. Ich bin jetzt Samstag, heute ist Samstag. Ich bin von Samstag bis Sonntag hier. Also Freunde, wenn ihr diese Vlog feiert, lasst ein Like da. Abonniert unbedingt den Kanal. Checkt auch den neuen Gaming-Channel ab. Fapsen, das wird mein neuer Gaming-Channel. Da kommen coole Videos. Checkt das ab. Jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Hallo, Chat. Hört man mich? Fixern, Farbe und Zane sind hier. Ja, sie sind da. Die sind früher gekommen, als jeder andere hier am Start ist. Ich war 5 Uhr morgens wach und nicht um halb 7. Die sind seit 6 Stunden, aber das ist ja auch deine Uhrzeit momentan. Ja, gut, ne? Ja, Jungs, die sind gerade gekommen. Wir sind jetzt hier seit einer Minute live. Also richtig im Bild. Wir haben heute wieder ein Programm, aber heute eher so auf Lifestyle angelehnt. Bisschen chillen. So, Freunde, das ist mein Zimmer, wo ich penne. Wir haben hier alle diese Dinger. Ich zeige es euch kurz. Guck mal, wie man hier rausgeht. Guckt es euch an. Jeder hat hier seine eigene Hütte. Digga, das ist aber in Deutschland, Digga. Das sieht nicht so aus. Und das ist meine Hütte, hier, wo ich jetzt bin. F1, stark. Hier kommt man rein. Das ist so der Anblick. Digga, ich schwöre, dieses Badezimmer ist krasser. Guckt euch an. Tschüss. Boah, mit Regendusche. Ciao. Bruder, ich schwöre, das ist einfach krasser als bei mir zu Hause, Junge. Das ist übertrieben krass. Da kommt man hier hin. Hier ist hier was drin. Ne, start. Hier, no smoking, no smoking, ne? Hier ist ein goldener Schullöffel. Den finde ich übertrieben krass. Guck mal, goldener, antiger Schullöffel. Ja, der wird es vielleicht noch mitgenommen. Also, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe den Koffer hier reingebracht. Dann ging der Stream schon direkt los. Wir waren frühstücken. Und das ist mein Zimmer. Ich war hier eigentlich noch gar nicht. Ich habe nur hier kurz Fenster aufkippt gemacht. Das mache ich jetzt, glaube ich, wieder zu, weil es heute scheiße warm wird. Und wir werden heute, heute Samstag, es ist jetzt, glaube ich, 13 Uhr oder so, und wir werden jetzt den ganzen Tag bei der Stream-Woche chillen. Und das wird geil. Du springst jetzt noch einmal ins Bett. Oh. Schere. Aber wir gehen jetzt wieder raus zu den anderen. Guckt euch das an. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg zu denen. Hier sind überall diese Kabinen. Ihr chillt auch die deutsche Nationalmannschaft in ein paar Wochen, wo hier die EM startet zur Vorbereitung. Der ist so krank. No joke, das ist so surreal. Also wirklich crazy. Also, das, guck mal. Also, das kommt hier nur so rüber, als wäre das Deutschland. Schaut euch an Eli, dass der das hier alles organisiert. Danke, dass ich kommen durfte. Sehr, sehr geil. Wir haben, das wird hier richtig lustig heute. Fahren jetzt einfach Fußball spielen. Mit dem Fahrrad. Selber auf Meter. Der hat wieder denkt, der jetzt, okay? Der hat sich durch die Ecke schickt. Oder über Stabwänden. Über Stabwänden. Über Stabwänden, der muss zählen, dass ich über Stabwänden schieße. Aber es war mir egal, aber ich denke einfach, ich kaufe. Ich bin hier auf, oder nicht? BAM! Come on! Ja? Nee, oder? Das fass ich nicht gelten. Oh, nein, Adriano! Ich wollte, muss sie machen. Griezmann ist ja schlecht. Oh mein Gott! Ohne, 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 ohne! Bitte, Meti. Oh mein Gott! Weiter durch. Fabo, fixe ane. Fixe an, Fabo. Fixe ane, drinne. Fabo, fixe ane. Mach ich mal die Mitte frei. Fabo? Soll ich? Ja. Du wirst doch nur noch ein Leben, ne? Das ist der Verfickte, Fickfabo. Moussi, wie viele hast du, zwei? Ja. Weg! Oh, Fabo. Du musst nochmal. Wie viel Leben hast du noch, Fabo? Zwei? Das ist mein erstes, was ich verloren habe. Okay, da hast du noch zwei. Jo, ist drin. Schön, der Ball. Das ist Fabo! Du hast noch ein Leben, ne? Das ist der Verfickte, Fickfabo. Das ist der Verfickte. Ficksaan, Ficksaanen, Ficksaanen, Fabo. Weil du dich immer schlecht einschätzt. Warte, du? Ja. Hält ihn? Nee. Und es geht. Oh mein Gott. Bluuu! Bluuu! Yeah! Ey, Fabo, ein Leben. Ein Schuss zum Sinn. Fabo, das ist der Urus-Call. Was heißt das? Wenn du triffst, kriegst du den Urus. Meiner? Ja, dein Urus. Wenn du triffst. Dead Body Repo. Dead Body Repo. Digga, wir haben jetzt die ganze Zeit Sport gemacht, Alter. Fußball gespielt. Challenge hier, Challenge da. Alles am Arsch, Digga. Mein Zeh blutet. Es war's. Halt vorbei. Ich bin so am Arsch, Alter. Das Problem ist... Ich bin so tot. Meine Beine tun so weh. Das Problem ist, ich bin halt heute auch erst hierher gefahren. Ich bin legit um halb sechs oder so gegen meinen Wecker. Die Uhr bin ich hier losgefahren. War dann... Keine Ahnung wann da. Wie ihr wisst. Ich hab nur noch 10% Akku. Deswegen bin ich ein bisschen Nock. Und jetzt die ganze Zeit Sport. Das erste Mal dieses Jahr auch in der Sonne, Digga. Dann direkt zwei, drei Stunden Sport. Basketball. Basketball. Fußball. Challenge hier. Challenge da. Mini-WM. Bamba. Ich bin tot. Ich geh duschen. Und dann werd gegrillt. Yeah. Ich mach auch Licht. Wir machen alle Licht jetzt. Ich mach von oben Licht. Alle Lichter, die wir jetzt haben, bitte mal hierher. Sinten, ich mach Licht. Ja. Das erste haben wir schon mal. Okay. Good job. Gut. Genau. Ich mach Licht. Ich mach Licht. Ich mach Licht von oben. Ist nicht gut? Ja. Guck mal Jungs. Jetzt zauber ich hier gerade was her. Ich mach ein bisschen Schwäche weg. Mh. 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 Seht ihr das Jungs? Guckt mal hier. Seht ihr das? Mh. Es ist so einfach eigentlich. Aber es ist halt sehr hartlautig. Ich brauche das mehr, ja. Ich muss selber mit spielen. ich brauche einen besseren lichtwinkel er kommt mit shisha zange oder so ich glaube ich habe es einen moment noch ich probiere es oder was sagt ihr das ist ein moment sind gleich kurz davor habe ich deine backe mein gott mit meiner hand ran Wir haben vier oder fünfmal richtig knapp bei dieser Challenge verloren und wir kriegen jetzt richtig Basketball in den Arsch. Wir wurden gerobbt. Guck mal, guck mal, guck mal. Dominik, du Schwanz! Was willst du von mir? Ey, was hab ich gemacht, du? Ich hab gemockt. Im Dart. Wir kriegen jetzt Basketball in den Arsch. Kann ich? Nee, auf Geller! Oh mein Gott! Auf Geller! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kann ich? Ach, boah! Retter Tag, oder? Gewinn! Ja, Gegner! Ey, das war lustig, ne? Aber komm her! Ich hab's nicht gemacht! Ich hab's nicht gemacht! Was? Nee, auf Geller! Oh mein Gott, der zieht nur auf Geller! Oh mein Gott, ewiger Spaß! Oh mein Gott, mein Ertritt! Ach, boah! Oh, boah! Oh, boah! Oh, boah! Mach Geller! Der Ball war kurz! Eine Sekunde steckt drin! Ich schwöre, er war in meinem Arsch! Oh mein Gott, guck mal! Guck mal! Die Zauberflamen um den Arsch. Also überleg dir, wo du hinschießt! Ich schwöre, ihr seid alles Bastard! Ja! Ich schwöre, der Bier! Bruder, was war das denn? Ja! Digga, du hast die Wand kaputt geschossen! Ey, ey, der war persönlich! Bruder, wen wolltest du? Boah! Das ist ein Baum-Ding! Digga, das ist von mir! Alter! Das ist von mir abgebrochen! Alter! Freunde, das war's von der Streaming-Woche! Abonniert den Kanal! Lasst ein Like da! Ich weiß nicht, was ich jetzt alles... Ich hab relativ wenig gefilmt! Ich hab übertriebenen Sommen dran! Lasst ein Like da! Abonniert den Kanal! Es ist jetzt over! Ich werd mich jetzt noch verabschieden! Dann war's das! Tschüssi! Ich will mich jetzt noch weiter! Ich werde mich noch mehr hören! Ich bin ich auch nicht mit dem Esot? Ich habe mich noch nicht mit dem Esot? Ich hätte mich für dich im Aus isot! Also, ich kenne mich nicht mit der Linken,